Seitenformat einstellen Writer-Dokumente entsprechen normalerweise dem DIN A4-Format. Wenn Sie jedoch in einem anderen Format drucken wollen, etwa auf einem kleineren DIN A5 oder eine Brieftasche in DIN C4, so gestattet Ihnen Writer auch diese Option. Wählen Sie Format Seite. Alles Nötige finden Sie im Register Seite. Wählen Sie Ihr Papierformat oben links unter Format. Es stehen alle gängigen Größen unter anderem die meisten DIN-Formate zur Auswahl. Sollte Ihr Papierformat nicht auswählbar sein oder Sie die Bezeichnung nicht kennen, so können Sie es auch abmessen und die Masse direkt eingeben. Wenn Sie eine Doppelseite gestalten wollen, zum Beispiel für eine Zeitschrift, so können Sie auch ein Format doppelter Größe auf Querformat umstellen. Die Formate der deutschen Industrienorm verdoppeln ihre Größe bei absteigender Nummerierung, das heißt DIN A3 ist doppelt so groß wie DIN A4. Eine andere Variante zum Gestalten von Doppelseiten ist das Seitenlayout gespiegelt. Gespiegelt verknüpft jeweils zwei Seiten zu einem Paar. Dabei bleibt die erste Seite jedoch als Deckblatt partnerlos. Im Abschnitt Seitenrenner können Sie nicht bedruckbare Bereiche an den Seiten einstellen. Ist die Option gespiegelt aktiviert, so ist von innen und außen die Rede ansonsten von links und rechts. Die Seitenränder haben sich angepasst und nach dem ersten Blatt sind immer zwei Seiten nebeneinander sichtbar. Das ist die Option. Das ist die Option. Das ist die Option. Das ist die Option. Vielen Dank.